Hey Packraft Explorers! Wir sind hier an der Möll im wunderschönen Kärnten und wir haben endlich wieder einen großen Packraft Test für euch. In diesem Video geht es um das MRS Alligator 2S Pro und wir haben uns wirklich für euch alles angeschaut. Vom Aufbau über Design, Bauform, Material, Verarbeitung und alle Features. Und natürlich habe ich das MRS Alligator 2S Pro dort getestet, wo es sich am wohlsten fühlt und zwar im Wildwasser. Also, bleibt dran! Das MRS Alligator 2S Pro ist das Wildwasserflaggschiff von MRS bzw. eine Entwicklungskooperation von Amphibio Packrafting und MRS. Im Vergleich zu seinem kleineren Bruder, dem Alligator 2S, wurden hier nochmal ein paar zusätzliche Features und ein spezielles Material in der Standardversion eingebaut. Einfach um den anspruchsvolleren Packraftern im Wildwasser und bei sportlichen Packrafting-Touren gerecht zu werden. Dieses Alligator Packraft haben wir dankenswerterweise für unseren Test von einem befreundeten Packraft-Kollegen ausgeliehen bekommen. Es ist eine Version von 2018. Seitdem wurden am Alligator 2S Pro nochmal ein paar Details verändert. Die blenden wir euch aber auf jeden Fall ein, damit ihr wisst, wie ihr das Boot in der heutigen Version bekommt. Bevor wir jetzt gleich mit den Details starten, möchte ich noch sagen, dass dieses Testvideo natürlich ganz unabhängig entstanden ist und dass alle Ergebnisse unsere ganz persönliche Meinung sind. In diesem Paket ist jetzt alles dabei, das Packraft und das gesamte Equipment. Wir schauen uns jetzt im ersten Schritt einmal an, wie viel das alles wiegt und danach, was alles dabei ist. So, wir haben uns jetzt hier mal eine ganz normale Kofferwaage geschnappt und hängen das hier mal hin. Das ganze Paket wiegt 4,5 Kilo. Also wir sind mit dem kompletten Wildwasser-Equipment unter 5 Kilo. Das würde ich sagen, ist ein sportliches Gewicht. Jetzt packen wir das hier mal aus und schauen, was in unserem 5-Kilo-Boot alles drin ist. Einmal haben wir hier das vierteilige Sülrandgestränge. Dann natürlich das Packraft. Und dazu kommen noch das Food Brace, der Blasesack und unsere Spritzdecke. So, dann machen wir aus dem Paket mal ein Wildwasser-Packraft. Das Alligator 2 S-Pro wird Packraft-typisch mit dem mitgelieferten Blasesack in wenigen Minuten aufgeblasen. Ja, der Alligator hat hier leider unten in dem großen Ventil kein Rückschlagventil. Das heißt, jetzt muss man schnell sein, dass die ganze Luft nicht gleich wieder rausgeht. Bevor ich es jetzt noch mit dem Mundgraf fertig aufblase, blase ich nochmal kurz den Sitz und die Rückenlehne schon mal auf. Wir haben jetzt hier bei unserem Testboot noch ein aufblasbares Food Brace dabei. Das ist einfach eine zusätzliche Fußstütze, die vorne in den Fußraum kommt. Gerade bei so kleinen Personen wie mir ist es auf jeden Fall gut, das dabei zu haben. Ansonsten eben, dass man auch so einen strammeren Sitz im Boot hat, kann man sich optional dazu bestellen. Das hängt man dann einfach unten in diese Lasche ein. Und das auch wirklich fest verankert ist am Boot. Und dann kann man das nochmal aufblasen. Und so kann ich hier den Fußraum hier vorne einfach nochmal um einige Zentimeter verkürzen. Am Schluss baue ich jetzt noch das vierteilige Syrandgestänge ein. Diese Aluminiumstangen brauche ich, um diesen Rand hier zu verstärken, damit später meine Spritzdecke optimal am Boot hält. Und jetzt hier die Reißverschlüsse auf. Perfekt. und jetzt hier die Reißverschlüsse auf! « Jetzt sehen wir das MRS Alligator 2S Pro einmal in seiner ganzen Schönheit. Was natürlich auffällt, ist dieses sportliche Design, das sich MRS hier ausgedacht hat. Also die schwarze Farbe mit diesen auffälligen roten Nähten. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Hingucker, der aber für uns auch zwei kleinere Nachteile hat. Zum einen verstärkt die schwarze Farbe von dem Puckraft natürlich etwas, was bei Puckrafts generell schwierig ist. Und zwar die Luft im Boot heizt sich bei extremer Sonneneinstrahlung auf, dehnt sich aus. Das heißt, der Druck im Boot wird immer höher. Das wird natürlich verstärkt bei so einer großen schwarzen Oberfläche. Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, dass wenn man das Boot zum Beispiel länger auf einer Kiesbank bei einer Pause hat oder so, einfach ein bisschen Druck rausnimmt und Luft rauslässt oder das Boot eben immer halb im Wasser stehen hat, dass sich das einfach ein bisschen besser abkühlen kann. Der andere Punkt ist, dass ich eigentlich kein riesengroßer Fan generell von schwarzem Equipment bin, weil man es auf dem Wasser einfach schlechter sieht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sein Boot verliert, wenn es ein bisschen abgetrieben ist, ist es natürlich viel schwieriger aus einem Gebüsch zu erkennen als jetzt ein buntes Boot. Und deswegen würde ich für alle Fahrer vom Alligator empfehlen, dass dann einfach der Rest des Equipments, also Helm, Schwimmweste, Trockenanzug etc., einfach mit Signalfarben ausgestattet ist, damit man dich auch gut sieht im Wasser. Das Markenzeichen des MES Alligator 2S Pro ist neben seinem auffälligen Design auf jeden Fall seine stromlinienförmige Bauart, mit der MES auf zwei Aspekte setzen will. Und zwar einmal natürlich Wildwassertauglichkeit, aber dabei trotzdem Schnelligkeit. Wir haben hier einen sehr asymmetrischen Rumpf. Das sieht man in der Perspektive ganz deutlich. Das heißt, Bug und Heck sind sehr unterschiedlich. Und den schauen wir uns einfach mal genauer an. Wir sehen beim Alligator eine relativ kleine Buchspitze mit einem moderaten Kielsprung. Wir kennen von anderen Wildwasser-Packrafts viel stärker hochgezogene Nasen. Insgesamt ist der Kielsprung ja immer dafür gut, dass die Wellen unter dem Boot schnell durch können und wir vorne einfach in Löchern oder in Walzen nicht so tief ins Wasser eintauchen. Das hier ist ziemlich moderat, aber trotzdem so, dass wir eigentlich einen guten Wasserfluss unter dem Bug haben. Beim Heck sieht das Ganze anders aus. Und zwar haben wir hier ein sehr langes und spitz zulaufendes Heck mit ordentlich Volumen am Hintern sozusagen. Da hat sich MRS eigentlich Folgendes gedacht. Umso mehr Volumen wir hinten am Heck haben, umso mehr Stabilität haben wir eigentlich in Wellen, nämlich wenn unser Packraft nach oben geht. Und dadurch, dass wir hier hinten eben kein großes Volumen in der Breite haben, sondern es eher lang ist, haben wir den Effekt, dass wir in Wellen einfach hier immer noch gut manövrierfähig sind, aber trotzdem einfach einen guten Durchlauf unterm Boot haben. Also ziemlich ausgeklügelt auf jeden Fall vom Design. Man muss auch sagen, das ganze Packraft ist deutlich länger als andere Wildwasser-Packrafts. Damit haben wir einfach auch noch ein sehr schnelles Boot, das auch im Zaunwasser eigentlich eine gute Figur machen sollte. Jetzt schauen wir uns mal das Cockpit vom MRS Alligator 2S Pro an. Wir haben hier einen aufblasbaren Komfortsitz und eine sogenannte Komfortrückenlehne. Beide Sachen sind aufblasbar und auch komplett abnehmbar. Aber was ich gut finde, ist, dass hier der Sitz mit so einer Schnur hier fest am Rumpf verankert ist. Und auch die Rückenlehne macht hier einen sehr stabilen Eindruck, ist mit solchen Gurten hier am Rumpf fest, aber kann eben wie gesagt auch abgenommen werden. Ich setze mich jetzt mal rein, weil nur so kann man natürlich einen Sitz- und Rückenlehne am besten testen. So, was auf jeden Fall einen guten Eindruck macht, ist, dass beides wirklich schön stramm aufgepumpt ist und einem einen festen Sitz garantiert. Und das Sitzpolster ist auch dick genug, sodass man, wenn wir mal volllaufen sollten mit Wasser, nach einem Kenterhau oder so, auch nicht komplett im Wasser sitzen. Das ist immer mir ganz wichtig. Die Rückenlehne ist eigentlich auch schön stabil. Eine Rückenlehne im Packraft ist ja eigentlich nicht dafür da, dass wir uns hier gemütlich anlehnen können, sondern vor allem für die Unterstützung der unteren Lendenmuskulatur. Das heißt, dass wir einen aufrechten Sitz während dem Paddeln haben. Das ist hier auf jeden Fall gewährleistet mit einem großen Aber. Und zwar, wenn man groß genug ist für das Boot. Wir haben ja jetzt hier das Foodbrace drin. Das heißt, ich habe schon eine kleine Verkürzung hier vom Rumpf. Aber ich müsste jetzt tatsächlich, dass ich hier gut vorne einen Halt habe, so weit eigentlich nach vorne kommen. Und jetzt sieht man es schon. Ich habe hier gute 10 bis 15 Zentimeter Luft zwischen meinem Rücken und der Rückenlehne. Und ich kann die nicht nach vorne verstellen. Ja, da ist eigentlich keine Chance für mich im Alligator. Das heißt, ich müsste mir jetzt noch mehr Sachen vorne in den Fußraum stopfen. Also es gibt ja auch so Schaumstoffplatten oder sowas, die man sich reinmachen kann. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin mit 1,52 Meter natürlich nicht das Maß der Dinge. Und sehr klein. Aber das gilt es eben zu beachten, dass man hier in das Boot reinpassen muss, weil man die Rückenlehne nicht nach vorne verstellen kann. Das heißt, ich kann nur hier das Boot für mich anpassen in der Länge. Hier können wir uns auch gleich jetzt nochmal die Schenkelgurte anschauen. Die werden standardmäßig beim Alligator 2S Pro mit dazugeliefert. Bei einem Wildwasserboot, wenn man wirklich auch mittelschweres oder schweres Wildwasser fahren will, würde ich immer zu Schenkelgurten raten, weil wir einfach ganz anders mit dem Boot verbunden sind und einfach viel besser kannten und eine viel stärkere Verbindung mit dem Boot haben. Wir sehen jetzt gerade schon auch, dass die Schenkelgurte bei mir nicht passen. Also wir haben jetzt gerade versucht, sie mal auf meine Größe einzustellen. Aber auch hier sieht man, das Alligator 2S Pro ist leider nicht für so kleine Menschen wie mich gemacht. Also ich habe auch mit den Schenkelgurten wirklich Probleme. Tom wird sich aber gleich mal ins Boot reinsetzen. Der hat ja eine schöne Allerweltsgröße und dann sieht man auch mal, wie das richtig passt. Ich wollte nur kurz noch einmal beschreiben. Also wir haben hier einen breiten Gurt, finde ich super angenehm, also dass hier auch nichts einschneidet und wenn man hier schön eingespreizt drin sitzt, hat man echt auch eine gute Auflagefläche. Das hier in der 2018er Version sind 4-Punktschenkelgurte, das heißt, die sind an 4 Punkten arretierbar und hier auch oben mit dieser Leiterlasche schön eigentlich auf seine Größe einstellbar mit verschiedenen Punkten und Bändern. Ja, leider sind hier die Beschläge aus Kunststoff, nicht aus Metall, aber trotzdem macht es eigentlich einen stabilen Eindruck. Bei der neueren Version haben wir gesehen, dass es 5-Punktschenkelgurte gibt. Die blenden wir euch auch hier mal ein. Und zwar ist dann hier nochmal eine Verbindung rüber, dass man die beiden Schenkelgurte mit Hilfe eines Klettverschlusses miteinander verbinden kann, sodass sich anscheinend die Position einfach noch besser einstellt. Man kann es auch als Tragegriffe benutzen und sie sollen auch bei einem Kenterer ziemlich schnell aufgehen. Ist jetzt die Frage, ob es das braucht, aber man muss sie ja dann auch nicht schließen. Und jetzt hole ich meinen Tom ins Boot. Ich hatte mit meiner Größe natürlich keine Probleme, die Schenkelgurte genau auf meine Größe einzustellen. Je strammer ich die Schenkelgurte angezogen habe, desto besser war die Kontrolle übers Boot. Allerdings hatte ich auf einer längeren Tour ein etwas unangenehmes Gefühl. Bevor wir jetzt das MS Alligator 2 als Pro endgültig in den Praxistest schicken, möchte ich noch kurz was zum Material sagen. Das ist ja beim Wildwasserboot auch nicht unerheblich, weil wir haben ja immer mal wieder steinige Grundberührungen oder fahren auch mal mit einer höheren Geschwindigkeit an ein steiniges oder felsiges Ufer. Und da muss ein Wildwasserpackraft natürlich einiges aushalten können. MS hat dafür zwei verschiedene Materialien verwendet für dieses Packraft. Die Außenhaut vom Rumpf besteht aus einem 210-Denier-Nylon, zweifach polyurethanbeschichtet. Also das ist eigentlich Standard für Packrafts. Bei dem Boden hat er eine doppelt so dicke Aramidfaser gewählt, also auch nochmal ein höchst strapazierfähiges Material, auch beidseitig mit einer Polyurethanbeschichtung, was das Ganze extrem reißfest, kratzfest, UV-beständig, kälteelastisch macht. Also hier dürfte eigentlich so schnell nichts passieren. Die Nähte beim MRS Alligator 2S Pro sind ein Dreifachverbund. Das heißt, das meiste ist vernäht, geklebt und geschweißt. Ich denke, wir sind hier fürs Wildwasser ganz gut aufgestellt. Da kann, glaube ich, so schnell nichts passieren. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Gepäck wir in diesen Alligator 2S Pro einladen können. Der Alligator 2S Pro kommt standardmäßig mit dem Tiese-Preisverschluss und zwei internen Packsäcken. Ich schaue jetzt einmal, ob ich meinen großen Trekking-Rucksack hier hinten reinbekomme. Noch zum Thema Gepäckverstauung. Ihr könnt in den Alligator 2S Pro insgesamt 140 Kilo Gepäck einladen. So, gucken wir mal. Ob mein großer Trekking-Rucksack hier reinpasst. So, ich denke, wir schauen mal, wie wenn es denn erreichen geht, wir sind heute. そして, wir machen mit dem Alligator 1S Pro. Sägekaming-Rucksasch und T So, und wie ihr sehen könnt, der Rucksack passt tatsächlich ins Alligator rein. So, und wie ihr sehen könnt, der Rucksack passt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt schauen wir mal, was der Alligator 2 ist. Prost, ein Bild, was das wirklich drauf ist. Und los geht's. Oh, jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Was mir gut gefallen hat, ich hatte ein sehr, sehr stabiles Gefühl in den Walzen und Wellen. Also man liegt hier wirklich sehr gut im Wasser. Noch hat mir sehr gut gefallen, es macht einen sehr wertigen und sehr robusten Eindruck. Also man hat keine Angst bei Felsen oder bei Kiesbankschwellen, dass hier irgendwie was kaputt gehen könnte. Und was mir auch gut gefallen hat, ich finde es ist sehr, sehr leicht. Aber ein paar Punkte haben mir beim Alligator 2S Pro nicht so gut gefallen. Zum einen die Sitzposition, also ich hätte es mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen sportlicher noch vorgestellt. Wir haben ja eben nur die Einheitsgröße oder die Übergröße, die XXL-Größe, die halt für sehr große Personen gedacht ist. Mit 1,79 cm Größe hatte ich trotzdem immer noch sehr viel Platz in dem Boot und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich mich noch mehr einspreisen kann. Leider kann ich die Rückenlehne hier nicht verstellen, sonst hätte ich die Rückenlehne gern noch ein Stückchen weiter vorne gehabt, um einfach noch sportlicher in dem Alligator drin zu sitzen. Ein weiterer Punkt ist, das Alligator möchte mit seiner langen Bauform natürlich besonders schnittig auch auf ruhem Gewässer sein. Dadurch verliert es aber etwas an Wendigkeit im Wildwasser. Immer wenn ich um Felsen rumzirkeln musste, also sehr wendig sein musste oder wenn ich ins Kehrwasser reinfahren wollte, habe ich das Gefühl gehabt, wie es wenn das Alligator nicht ganz so wendig und agil ist. Das liegt vermutlich an der Wasserlinie, die hier doch bei ungefähr zwei Metern liegt, was für ein Wildwasserboot doch recht lang ist. Ich kann das MRS Alligator 2S Pro allen großen Packreftern empfehlen, die auf der Suche nach einem sportlichen Packreft sind und damit moderates Wildwasser und sportliche Touren fahren wollen. Das war ja unser großer Packreft-Test zum MRS Alligator 2S Pro. Wenn ihr nochmal alle Informationen, technischen Daten und Zahlen zum Nachlesen wollt, verlinken wir euch hier unten in der Infobox unseren dazupassenden Blogartikel auf packreftexplorers.de. Und ich würde mich eben freuen, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert, auf die Glocke drückt und beim nächsten Packreft-Video auch wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.